Linux Mint bekommt eine neue Webseite, die neue Linux Mint Version 20.3 wurde angekündigt. Systemd bringt portable Home-Verzeichnisse nun ins Rennen und im Firefox soll Tab-Unloading wieder eingeführt werden. Diese und weitere Themen gibt es jetzt in den Neuigkeiten. Bevor das Video losgeht, möchte ich mich heute nochmal beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist wieder Hosting.de. Hosting.de ist ein mittelständisches Unternehmen aus Aachen, wo ihr unter anderem Cloud-Server und so ein Zeugs mieten könnt. Aber vor allen Dingen auch eine Managed Next Cloud, also am Ende euer eigenes Google Drive, was komplett Open Source ist, was in Deutschland hier mit den deutschen Datenschutzstandards gehostet ist. Ich kann es euch nur mal empfehlen anzuschauen. Ich selber nutze das Angebot von Hosting.de auch privat. Ihr bekommt 1 GB kostenlos einfach mal zum Reinschnuppern mit Kalenderkontakten und allem, was dazu gehört. Also klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Wer es noch nicht ausprobiert hat, der sollte das unbedingt mal nachholen. Ja, Linux Mint 20.3 wurde nun angekündigt. Das Ganze soll unterm Weihnachtsbaum liegen, schreibt der Projektleiter. Insgesamt kümmern sich die Linux Mint-Leute gerade um ein neues Design von Linux Mint. Also sie wollen das momentane Mint Y-Thema oder Mint Y-Thema etwas aktualisieren. Die Farben sollen ein bisschen weniger werden, dafür soll mehr auf Grau gesetzt werden. Ja, meiner Ansicht nach, ich muss sagen, ich persönlich finde es erst mal noch gar nicht so schön. Aber schauen wir mal, wie sich das dann in der Benutzung auslebt. Man soll dann auch verschiedene Grautöne haben, je nachdem, was für ein Farbschema man dann gewählt hat. Und ja, insgesamt soll alles etwas einheitlicher werden. Hier ist auch mal ein Bild vom Nemo, wie der momentan aussieht in diesem neuen Design. Ihr seht, die farblichen Auswahlbalken sind jetzt verschwunden. Nur das Ganze wurde noch Grau, weil das dann tatsächlich auch ein bisschen performanter und schöner aussieht. Weil ansonsten musste immer die Schriftfarbe auch gewechselt werden. Das ist immer ein bisschen, ich sag mal, blöd gewesen. Und ja, das hat man jetzt hier verbessert. Was haltet ihr von dem neuen Design? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem werden jetzt dann noch standardmäßig verschiedene Dark-Apps eingeführt. Das wären einmal Hypnotics, das ist dieses TV-Programm, würde ich mal sagen. Dann einmal Celluloid, der Gnome-Terminal, PIX und X-Viewer. Die werden alle dunkel standardmäßig werden. Und die anderen Fenster nur halt bei Bedarf, wenn man diese dunklen Themen dann aktiviert. Ja, Linux Mint 20.3 bekommt vor allen Dingen einen neuen Anstrich. Da sind wir mal sehr gespannt. Und einen neuen Anstrich hat auch die Linux Mint Webseite bekommen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich finde, das sieht grandios aus. Und ja, seit 2008 oder 2009 ist die alte Linux Mint-Seite in Betrieb gewesen. Der Projektentwickler hat damals geschrieben, hey, das war damals richtig modern. Der hat sich richtig gefreut über das neue Design. Quasi genauso, wie er sich jetzt gefreut hat. Ja, aber tatsächlich, ja, gehen die Designs dann doch schon irgendwie mit der Zeit etwas, ich sag mal, aus der Mode. Ja, da hat jetzt die neue Linux Mint Webseite einen coolen Anstrich erhalten. Und ich würde sagen, das ist dem Betriebssystem auch mindestens würdig. Kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit. Und ich muss sagen, ich finde die Neuigkeit höchst spannend und gefällt mir persönlich ganz gut. Und zwar bringt System D in der Version 245 portable Home-Verzeichnisse mit sich. Das heißt, man kann auf einem USB-Stick ein komplettes Home-Verzeichnis haben mit Passwortverwaltung und allem drum und dran. Also auch von dem Nutzer selber. Und kann das dann in einem anderen Rechner reinstecken. Und der erkennt das, ah, okay, ich habe jetzt hier nochmal ein portables Home-Verzeichnis bekommen. Also ein ganz normaler weiterer Nutzer. Das Ganze soll zusätzlich zu dem jetzigen Home-System laufen. Also hier wird jetzt erstmal noch nichts abgeschafft. Aber ich finde diese Einführung tatsächlich sehr, sehr spannend. Das heißt, man kann mit seinem USB-Stick von Rechner zu Rechner gehen und hat immer seine eigenen Daten. Immer seinen kompletten Benutzer mit drauf. Mit allen Desktop-Einstellungen, wie man sie kennt. Wenn der Rechner den gleichen Desktop unterstützt. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Schauen wir doch mal, wie sich das in der Praxis auswirkt. Und meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein guter Schritt, mal wieder vielleicht insgesamt einen neuen Standard zu setzen. An dem sich dann andere Desktops nochmal besser orientieren können. Und vielleicht auch besser zusammenarbeiten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Weiter geht es mit Firefox. Firefox hat schon mal in der Version 67 ausprobiert, ein sogenanntes Tab-Unloading einzuführen. Was sie dann aber relativ schnell wieder abgelegt haben. Da das Ganze einfach noch nicht so richtig flüssig funktioniert hat. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, keinen richtig zufriedengestellt hat. Jetzt aber probiert es Firefox mit der Version 93 nochmal. Jetzt sollen Tabs, wenn der Browser zu viel Speicher frisst und quasi euer Rechner fast vor dem Kollabieren ist, dann gerade nicht offene Tabs einfach entladen. Und somit den Speicherplatz wieder verringern. Das heißt, Firefox tut jetzt nicht automatisch irgendwelche Tabs entladen, sobald man jetzt von dem einen Tab auf den anderen wechselt, sondern nur quasi in diesen Extremfällen, wenn wirklich der Arbeitsspeicher zu gering wird. Auch Tabs, die Tonab spielen, Bild in Bild verwenden, angeäftete Tabs oder Tabs, die WebRTC verwenden, sollen mit einer höheren Priorität versehen werden, dass diese dann eher nicht entladen werden. Wäre natürlich blöd, wenn er gerade ein Video Bild in Bild schaut und der dann erstmal als ersten Tab das Video cancelt. Gut, es würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeitsspeicher sparen, aber hey, ihr wollt wahrscheinlich mit Sicherheit euer Video weitergucken. Tatsächlich soll damit Firefox auch stabiler werden, weil je mehr Tabs dann, ich sag mal, entladen sind, desto weniger kann dann während der Session schief gehen. Je weniger vorhanden ist, desto weniger Bugs. Ich denke, mit dieser Korrelation sind schon einige vertraut genommen. So, weiter geht es mit dem nächsten Thema und zwar findet in einer Woche der Linux Day in Vorarlberg statt. Nicht in Vorarlberg, sondern online, aber eben von der Vorarlberger Linux-Initiative. Insgesamt gibt es zwölf Vorträge. Losgehen tut es am 16. Oktober um 10 Uhr mit einer bunten Programmmischung über BigBlueButton, beispielsweise LibreOffice, Docker oder einen Crashkurs, eine eigene Linux-Distro zu erstellen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Ja, nicht nur das Programm des Linux Days in Vorarlberg steht fest, sondern mittlerweile auch das Programm der TUX-Tage 2021. Ja, in den letzten Tagen haben wir das jetzt veröffentlicht. Es ist mir eine unglaubliche Freude, das euch jetzt hier mal ganz, ganz kurz in Abzügen vorstellen zu dürfen. Insgesamt haben wir, glaube ich, so um die 35 Programmpunkte. Das ist dann doch ordentlich was. Losgehen tut es am Freitag, den 12. November im Einklang ganz gemütlich mit der Gaming-Nacht. Also nichts Großes, aber für die Leute, die halt eben Linux und Gaming so ein bisschen tangiert, da ist das schon ein schöner Einklang. Ansonsten geht es richtig los am Samstag, den 13. November um 10 Uhr. Dort findet auch erstmalig eine Podiumsdiskussion mit vielen coolen Leuten statt. Es geht erstrangig um Entwicklungsstrategien von Linux und der Open-Source-Welt. Aber dann haben wir auch noch verschiedene Vorträge zu Fedora, zu OpenSUSE haben wir einiges. Auch verschiedene Talks, beispielsweise wie neue Paket-Technologien nun wirklich sind, ob man sie braucht oder wegwerfen kann. LibreOffice haben wir dabei, Inkscape haben wir, Cardian Live haben wir dabei, Inkscape haben wir dabei. Am Sonntag haben wir auch ein bisschen was zum Raspberry Pi, beispielsweise zur Sicherheit mit Linux. Aber auch Server-Anfänger-Themen, wie beispielsweise die Nextcloud oder Debian-Server. Aber auch Anfänger-Themen zu Server, beispielsweise Nextcloud oder wie man den Server sicher absichern kann. Zu Bitcoin haben wir was. Ja und noch viele, viele weitere Vorträge. Das Programm ist sehr vielfältig, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, markert euch auf jeden Fall den 13. und 14. November im Kalender ab. Zum Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass momentan noch unsere, ich sag mal, Werbeaktion läuft. Das heißt, wenn ihr selber für uns beispielsweise einen Zettel am schwarzen Brett aushängt oder am Auto oder auch nur auf eurer Webseite oder eurer Forensignatur einen Banner platziert, dann habt ihr die Chance, eine von drei Tux-Tage-Tassen zu gewinnen. Hier habe ich noch das alte Modell. Das neue ist schon gerade im Druck. Würde dem Tux-Tage-Team auf jeden Fall sehr, sehr helfen, einfach die Tux-Tage nochmal ein bisschen bekannter zu machen. Das wäre es von mir gewesen. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Ciao. 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 Ciao.